So, Matt, du hast genauso abgeschossen wie als Snowman. Ich wollt's grad, ja, genau. Ja, aber als, ja, muss Hunter spielen. Wahrscheinlich hätte ich einen Hunter erschossen, also einen Soldier da. Einen Sheriff. Möglicherweise. Ist ja auch deren Job, dich zu töten. Ja, ist ja auch richtig so. Aber ich hab ja nicht rumgeheult, der hat ja rumgeheult. Mir ist das doch egal. Ich bin doch besparsam beim Spielen. Müsste sogar relativ nah an der Stadt dran sein, aber ich kenn mal, hab ich nen Kompass? Als Nomad? Wo sind denn die Kordons? Ne, aber ne Karte. Das bringt schon mal viel. Ne Karte bringt zwar an sich viel, ja. Hm. Ich mein, das ist seit ein paar Meter, das ist halt normal ne Karte und da wisst du ja ungefähr, wo du dich hinbewegst. Ey, auf mich anzubumpsen. Ich muss ja gleich auch in der Stadt sein. Okay. Meine Leiche ist auf jeden Fall schon mal weg. Also, Amadrei bringt mir immer wieder die Fehlermeldung. Tu mal deine Dateien für die Fein. Wieso sind denn die ganzen Kordons weg, die Loot-Kordons? Weil die gleich neu spawnen. Das ist eigentlich gut, wenn die weg sind. Dann spawnen gleich neue, aber pass halt auf. Okay. Dieses Karten-Gedöns verstehe ich nicht hundertprozentig. Wievon? Ja, du, ich laufe die ganze Zeit und drücke während des Laufens einfach immer wieder auf den Punkt. Und verstehe sie aber trotzdem einfach zufällig in die Richtung. Ich hab's jetzt gefunden, aber eigentlich hat sich die Karte wegbewegt. Oh, okay. Okay. Ich bin jetzt auch in der Stadt. Okay, wo bist du? Ich laufe erstmal mitten rein. An den Loot-Karton ist ja die Hölle los. Bist du dabei? Okay. Bist du dabei? Ich bin unten am Auto, ja. Ich bin der mit der Axt hinten, der jetzt stehen bleibt und dumm guckt. Der Neger. Ja, sind die neuen Kisten schon da? Nein, nein, die sind noch nicht da. Die Frage ist halt, du hast auch noch keine Waffe, ne? Ja, aber wenn die neuen Kisten da sind, direkt eine rausnehmen. Und da läuft gerade einer hinter einem Haus lang. Ja, das ist der und ich bin der Neger, der jetzt hier vorne rumrumpft. Du nimmst noch auf, oder? Ja, ja. Der maximal pigmentierte Typ, meine ich. Der, äh, die Zombies wegmachen oder irgend sowas. Ne, ich muss sie ja nicht wegmachen, die sind ja auch auf euch. Ne, doch nicht. Also da steht bei allem, yes. Wo bist du? Ich bin jetzt unten am Grünhausen, direkt neben den Lootkisten. Okay, da bist du, alles klar, ich seh dich. Du bist vor mir, der? Ja, ja. Aber hier waren definitiv gerade eben... Da ist ein Hunter an der Kiste, da ist ein Hunter da langlaufen. Wo ist ne... Jetzt sind die Kisten gut da, oder was? Ne, aber da am Auto ist er gerade vorbeigedrehen. Ja, der ist da neben mir, er labert mich die ganze Zeit voll. Ach, alles klar, ich weiß, wie du vorst. Ich bin freddig, ich bin freddig, ey. I am not. Pump hat ne Waffe. Ach, okay. Ich hab grad eingesehen mit ner Waffe. Wo? Irgendwo hier muss noch einer sein. Ja, das ist bestimmt der Typ, der uns gerade umgebracht hat. Immer noch nix in den Autos. Ähm, warte mal, lass uns mal schnell ne Gruppe machen. Ich lauf grad... Doch, da liegt ne Pistole an den Autos. Naja, es ist ne Glocke, ich hab ruhig schon. Naja, ich bin eh ne. Nimm ich ja mit, ne? Lass uns mal kurz irgendwo hingehen, dann wird man ne Gruppe machen können. Ich bin da, wo ich gestorben bin. Ah, okay, ich bin drin. Aber beeil dich, und dann müssen wir raus. Bleib mal stehen. Ich hab, ich hab ne Mann. Yes, okay. Und raus, bevor wir vor die ganzen Zombies reinkommen. Bei mir wird mein Bildschirm wieder leicht grau. Alles wird zerstört, aber nicht der Zombie. Du musst zweimal treffen mittlerweile. Wo gehen wir denn hin? Zu den Metallgebäuden hoch? Nee, ich warte hier. Hier kommt gleich der dicke Lute. Gib dem Zombie schon mal ne große Rute zum Laufen. Bei den Folgen, die er genau da ist, wo du auch lang gelaufen bist. Ja, das ist friendly, natürlich. Wir sind alle friendly. Wir müssen an den Waffen an. Das ist nicht cool, Mann. Da weißt du, wieso nicht, warum wir hier im Kreis rennen. Doch. Ach. Wieso kennt denn der mein Name? Geh in deinen Updater rein und lösch den Cage. Cage löchen, ja. Cage löchen, ja. Wie kann der einen Namen angucken? Loot, 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 Kisten. No, I have not a body system. Ey, wieso bin ich jetzt down? Weil du während die Kisten noch am Spawn waren, sozusagen, dahin gerannt bist. Und bist du tot oder nur down? Nee, nee, ich brauch kurz down. Ja, ja, die Kisten, äh, baggen, ja sozusagen, weg, weil halt neue Kisten noch spawnen. Es werden gleich noch mehr kommen, also, es kann sein, dass da, wo wir gerade stehen, eine landen wird. Da musst du aufpassen. Wie wird das mit den, äh, Dachsälen einfach... Ja, ich hab meinen Axtkampf gewonnen. Ja, das bin ich. Warst du das gerade, die da reingehauen? Ja, das bin ich. Dalu? Ja? Shotgun, Moni. Ja, ich muss mich erst verbinden. Ich hab keinen Verband, scheiße. Bleib mal da. Ich hab dir in deinen Rucksack die Munition getan. Hast du einen Verband? Ähm, kann sein. Ich weiß, ich hab auch nicht. Warte mal, lass mich mal schnell gucken. Äh, nee. Und Zombie? Nicht so aus. Geiler Pack. Nice. Scheiße, ich guck nochmal schnell hier rein, ob ich hier was finde, was ich gebrauchen kann. Wow, danke, dass du die ganzen Zombies zu mir gelockt hast. Nein, nee, brauch ich nicht wirklich, danke. Ach, wo seid ihr denn jetzt, wie hübschen? Ja, ich hab jetzt ne Waffe ohne Munition. Ah, ne Lutkissen, das ist ja schön. Brauch ein Verband. Hat jemand Herz-Tabletten? Nennt, sie hat mich gerade ein Blöder schrocken. Was? Du kommst da rein, wie so ne hysterische... Da ist einer! Dabei mach ich gar nix. Ich wollte dir eigentlich nur Hallo sagen. Ich würde von dem Auto weggehen, als kann da erst dann noch Kisten fehlen. Mhm. Ja, ich bin schon weg, ich hab so ne scheiße CZ ohne Muni. Die Probe entweiden. Mach mal das, kann Dalu machen. Ja. Äh, ne Metallgebäude war da nicht oberst, was man looten kann? Ja, ich geh runter zu dem Grünhaus. Im Metallgebäude liegt glaub ich auch Loot. In der Lagerhalle? Ja, das kann sein. Okay, ich bin auch drauf. Wer hat denn so geschrien gerade eben? Ich glaub das ist bei Randy der Kindergarten. Ah, das kann gut mir geschehen. Ich kann jetzt aber schlecht vom Ballkommen rum. Oh! Du wurdest beschossen. Ja, ja. Ach, jetzt weiß ich, wo die Toolboxen sowas spawnt. Im Metallgebäude. Lol. Also wir sollten uns am besten jetzt nicht bewegen, würde ich mal behaupten. Ja, er hat auf den Eingang geschlossen. Er sieht dich. An so einem grünen-roten Haus. Leg dich hin. Ja, ich leg mich auch schon hin. An so einem grünen-roten Haus bin ich, seid ihr da auch? Ich weiß nicht, ob mein Haus rot ist von außen. Nee, dann, wir sind in den Grünen. Oh! Alter, ja, ich soll dir liegen bleiben mit einer Waffe. Besser, da kommen wir jetzt rein, wegen der Dreckzahn. Kannst du sie achsen? Nee, ich lieg ja. Die Loben über mich drüber. Lass mich mal die Headshot rausholen. Sind die drin? Ey, wir sind drin. Oh, pass auf, wenn wir reinkommen. Die Laufreiter, der schießt rein ins Haus. Oh, lol. Jetzt kannst du dich auch gleich hinlegen. Hab ich schon gemacht. Loll. Bist du zufällig, in welcher Stadt ihr seid? Nancy, du bist zu nah, du musst rausgehen. Da, wo wir immer sind. Ich wollte den Zombie killen. Ja, dann mach doch mal. Ich muss mich grad mal hier. Okay, es war ein Headshot. Ha! Da, wo ihr immer seid, ja. Diese eine Stadt, wo wir immer sind. Geh mal weiter weg, Nancy, geh mal weiter weg, geh mal weiter weg. Ihr seid jetzt auch alle dort gespawnt. Nee, nicht unbedingt. Nee, ich kann auch noch mal, um mein Inventar zu greifen. Geh mal zu Dalu. Ja, lass mich mal kurz noch hier schnell was nennen. Nee, weil sonst verblutet ich, wenn ich mich jetzt nicht langer verbinde. Okay, ich bin bei Dalu. Hast du? Ich bin tot. Danke, Nancy. Ey, ich bin doch weggegangen. Ja, es ist zu spät. Ich stand draußen. Es war zu spät, ich bin verblutet. Hat er eine Waffe? Nein, ich, ja doch, aber ohne Medition. Was für eine Waffe? Old Endfield. So old, altes Ding, so dieses In-Schüss-Gedehnt-Seit. Verstückel mich und denk dran, Nancy hat mich umgebracht. Mann, du rauf! Du hast nichts, was ich gebrauchen kann oder so, ne? Fuck. Dann schändet's doch noch meine Leiche, also. Ja, irgendwie muss ich's ja machen, ne? Irgendwie muss ich's ja machen, das klingt schon blöd. Übrigens war, äh, vor dir in den Box, äh, Boxes, äh, Bandagen drin. Neue Klasse dazugekommen. Welche? The Rivalist. Bist du das hier vorneher? Ich renne jetzt raus und guck mal, ob ich einen Schuss überlebe, oder? The Ghost, The Rivalist, Emerald, Contact, White Order. Uh, alter, der Spawnman, Gilly, wie geil. This is a natural space, danger of... Bist du hingegangen, rechts oder links? Links ums Haus rum. Der Überlebensge... Okay, der Typ hat halt einen Gilly. Nice. Der wird wahrscheinlich keine Munition mehr haben, vermutlich mal. Ah, doch. Confirmen. Ja, ist halt nur nicht allzu einfach zu treffen. Äh, ich sporn aber als über... Also als Survivalist über Spawnst du mit... Gar nichts. Interessant. Du hast Zugriff auf den Gruppenkanal gar nicht. Naja, du kannst also gar nichts. Übrigens, ich hab jetzt einen Haufen Sachen gefunden, um ein Auto zu machen. Aber da funktioniert ich schon auf. Ja, ja. Achso, ihr nehmt schon auf? Ja. Hat irgendjemand anmoderiert, oder hab ich was verpasst? Wir schneiden einfach. Ohne Anmoderation. Hallo. Noch mal was gespawnt? Wo, bei dir? Ne. Scheiße. Geh nochmal hier rein. Mach mal kurz schnell den Kopf in den Sand. Wow, die sind ja alle wieder weg. Das spawnt bestimmt gleich wieder was, oder? Ja, die Kisten sind weg. Fuck. Was macht man jetzt? Ich hab wieder mal ne Waffe ohne Muni. Warum machst du das aber? Mal gucken, ich bin jetzt hier an den, an, an, an den Dings da ein bisschen weiter, ich weiß gar nicht, westlich, östlich gespawnt. Da liegt eigentlich immer Militär, du. Mal gucken, ob diesmal auch was liegt. Bring ich euch was mit. Okay. Dalu, was wollen wir machen? Weg gehen hier? Ich warte hier noch einmal. Ich hab ja hier nichts, wo ich weggehen kann. Oh, oh. Die Loch. Lol. Lol. Erschießt. Andere Richtung, andere Richtung. Die kommen von beiden Seiten. Ja, es gab übrigens auch ein Update. Wusst der andere? Ja, er war genau hinter mir. Geradeaus. Oh, genau da ist er. Hm. Wohin habt ihr, äh, Quatsch gar nie? Meine Munis alle jetzt. Ich bin am Arsch. Hm. Wohin. What the heck? Ja, ich muss auf Pistole wechseln, aber das kannst du in dem Spiel ja nicht im Laufen. Er ist aber fast tot. Und mit der Axt holt's? Ich hab ihn geaxtet. Schnell. Lauf zu mir, ich bin tot. Ich bin auch tot. Das war toll. Übrigens sind das die zwei von uns, die mich so voll gebrüllt haben. Jetzt plötzlich sagen sie nichts mehr, wa? So, na mal gucken, wo ihr jetzt wieder spawnt. Irgendwo, nirgendwo. Möglicherweise. Nö, nö, ich hab jetzt gesehen, so die Spawnpoints, die sind eigentlich alle relativ nah dran. Entweder du spawnst in so einer komischen Stadt, wo das Loot ist, wenn du weiter geradeaus gehst. Ja, sprich ruhig weiter. Ach ne, guck mal, da sind ein paar Deutsche sogar. Sind halt, klar, waren auf uns zwei Deutsche, die haben mich voll gelassen, wie die Blöden. Ich hab hier ein... Kann's auch ohne Klasse spawnen. Ja, und dann? Und ich hab kein Ghillie bekommen. Was hast du gespawnt? Survivalist. Survivalist. Ja, aber irgendjemand sagt, der hat ein Ghillie. Hast du ein Ghillie an? Äh, nö. Aber auf dem Bild ist ja ein Ghillie drauf. Das heißt, irgendwie muss es das ja geben. Vielleicht kannst du so deine Ausrüstung steigern mit Punkten. Das kann ich nicht. Das ist eine gute Frage. Aber du spawnst als Survivalist, spawnst du im Endeffekt mit nichts. Na toll, warum bin ich jetzt als Survivalist gespawnt? Naja, Überlebenskünstler halt, ne? Oh, wir haben Bandagen, zwei Stück. Ey, das ist ja Nomad. Ja, eigentlich ist es aber der Survivalist der Überlebenskünstler. Ja, das ist richtig. Ja, mit nichts. Das heißt ja, aus Survivalist. Hier ist noch ein Survivalist. Wissen Sie einer von euch? Hm, kommt drauf an. Renne ich gerade um einen rum? Hello, mein Name ist Sachse. I am, ja, hey. Sächsisch. I am Sächsisch for you. Weißt du Bescheid. So, und hier, da, wo die Karre heilscht. Ja, guck mal, da hinten sind noch zwei Deutsche. Da unten ist das neue Haus. So, schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen finden. Welches ist das neue Haus? Hey, hey, we don't kill you. We had no weapon. Ach, geht nicht auf. So, da oben ist ein ziemlich großer Lagerhalle. Ist das rot aus oder was? Hm. Kann das sein, dass sich die Objekte, die vorher schon da waren, auch verändert haben? Oder hat sich generell alles verändert? Boah, es wurde eine neue Klasse hinzugefügt. Es gibt ein neues Haus. Nein, es hat ein paar Bugfixes, glaube ich. Also, eine Wendeltreppe gab es vorher noch nicht. Und du wirst jetzt beschnitten, wenn du einloggst. Was? I mean, we don't kill you. Das sind Deutsche, kannst du mit denen quatschen. Dann wähle doch. Ja. Der redet Englisch, weil ich mit ihm vorhin so Englisch gequatscht habe. Sind das zwei Deutsche? Ja. Das ist wahrscheinlich die zweite, die mich getötet hat. Ja, nein, aber der eine ist ja nicht gestorben. Und jetzt, das sind beides keine Hunter. Okay, aber auf jeden Fall schon jemand sowieso sieht es. Ist auch nichts. Nein, nein, da war schon. Da unten ist man ja gespawnt. Oh, Cola! Also, die Stadt, wenn wir die Straße hochlaufen zur nächsten Stadt, da ist eine richtig große Stadt wieder. Richtig, und da ist es eigentlich Militärloid. Hallo, kann ich mich mal lachen, bitte? Ja, aber wir müssen die Straßen dann einfach weiter folgen. Es sind auch vor uns drei hingelogen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zwei von denen sind. Lass mal halt mal gucken. Mach's mal. Das Schöne ist, du kannst hier unendlich sprinten, ne? Der erschöpft irgendwie nie. Das grüne Haus ist noch eine Chance für eine Waffe. Ach, Mist, einer hat eine. Irgendeiner hat gerade nachgeladen. Was? Ja, hörst du doch. Naja, weil ich hab gerade nichts gehört. Ich hab auch eine Waffe. Nice, ich guck mal, was hier drin ist. Ich hab eine Old Makarov und ein 12er Magazin. Wenn man das 12er Magazin ist, wird die Makarov. Ich bin beeindruckt. Das ist ja normal. Äh, Matchbox, was war denn das da nochmal? Streichhölzer. Streichhölzer. Äh, kann man auch mal gebrauchen. Ich nehm mal das Duct Tape mit und fessel jetzt einen von denen. 23er LRR, keine Ahnung. Nimm mal ein bisschen Spaghetti mit, weil du Hunger hast, irgendwann mal. Ja. Einer der Deutschen hat jetzt eine Waffe. Nope. Wir wissen, vielleicht seidest du gar nicht erstatt hier unten. Mal gucken. Wolltest du bitte die Tür wieder öffnen? Und du sie doch. Ich mach dir hier die Tür zu. Haha, Zombie im Ghillie. Der Loot ist nämlich neu gespawnt. Ah, okay, nice. Ich bin hier gerade in der Kaufhalle. Was? Ja. Oh, ne Kompass, nice. Den Typ mit der Waffe, den brauchen wir. Ja. Wiss ich erstmal, was hat man hier so nebenbei, was ist hier an Du zu stehen? Wenn da gerade die Straße runter ist, wir wissen, was der vorhand. Nix gut ist. Wenn du siehst du in der Stadt, vielleicht seid ihr ja da. Ihr seid ja auch dieselbe Klasse wie ich gespawnt. Geht aber mal weg. Boah. Deutsch? Ist es Deutsch? Ja. Hallo. Ich bin friendly, ich mach nichts. Und dein Kumpel? Welcher Kumpel? Der andere mit dem schwarzen Klamotten. Der ist Englisch. Den hab ich nur gerade so getroffen. Hat der Typ ne Waffe, mit denen du da quatschst? Ja. Soll ich mich für den Knabknölen? Ja, mach mal. Ja, dann muss... Auf mich zielt er. Ich brauch mehr Schuss als er. Was? Er ist auf der Straße, er läuft auf die Straße hoch. Ja, ja, ich müsste mich gerade noch mal in einem Haus verstecken, deswegen. Die Tasse brauchen wir nicht zu. Hab ihn. Wow. Sehr nice. Habt ihr gerade geschossen? Ja. Das hab ich ziemlich laut gehört. Hast du ihn erschossen? Ja, ich weiß nicht, wo ich bin, aber hier war ich noch nie. Also ich bin hier gerade... Nein, er wurde erschossen. Ich bin hier gerade an dieser Lootkiste. Ach so. An diesen, äh, bei dem Auto. Ich bin auch gerade an der Lootkiste von so einem Auto. Nee, mich hat's auch erwischt. Ich bin fast tot. Hallo. Hallo, je nachdem, ob wir schön deutsch sind. Bist du deutsch? Hat jemand nachgeladen von euch? Ja, 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 ja. Ey, cool, du bist. Lass ihn mal stehen. Wo? Ab ihn. Hehehe. Dollo, herrlich. Ich hab beide erschossen. So, jetzt haben wir sie beide. Hast du meinen Kumpel erschossen? Nein, nein, der wurde erschossen. Ach so, und dann habe ich den anderen auch noch abgeballert. Jetzt nehmen wir schnell die Sachen mit und dann hauen wir ab. Äh, ja, warte mal, ich kann nicht jeder von sich. Ihr müsst aufpassen, hier hat einer gerade richtig massiv auf mich geschossen. Also, ich kann nicht jeder von euch zusammenbleiben. Gehen die, endlich k叭te ** Mitgomme Hermann! Ich bin mit3700. ... So, jetzt versure es?